So, alle, moin, moin und herzlich willkommen wieder zu einer neuen, schlicht und ruhigen, entspannenden Folge Sankenland. Weiter geht's. Gestern, letzte Folge, ne, ne, vorgestern war es, glaube ich, habe ich es leider nicht mehr geschafft, noch eine Folge aufzunehmen. Die Zeit war zu knapp, aber hat auch was Gutes, denn heute kam, beziehungsweise gestern, kam ein Patch, der ein paar tolle Sachen eingefügt hat und die werden wir uns jetzt gleich angucken gehen. Dafür müssen wir nämlich nach Hause. Ich habe es selber auch noch nicht gesehen. Denn, ich habe es nur gelesen, es soll wohl jetzt die Möglichkeit geben, hier Sachen, die schon in der Kiste sind, zu stapeln. Ja, heißt, ich drücke einen Knopf und zack, das, was in meinem Inventar ist, geht direkt auf den Stapel, der schon in der Kiste ist. Ähnlich wie bei Seven Days. Wir werden es gleich sehen, ne. Wenn wir schon hier sind, können wir gerade was ausräumen. Wir sehen schon hier Batterie entfernen und was weiß ich. Das scheint neu zu sein. Gucken wir mal. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob hier überall alle neu gespawnt sind. Das werden wir aber gleich zusammen sehen. Ich mache jetzt nur die Mitte hier leer und gehe wieder runter. Es ist mir egal, was die da wollen. Geht gleich Wicke hier. So, her damit. Können wir ans Wasser ein bisschen tauchen. Was war da? Hallo Müll. Ich nehme dich mit. Und weiter geht's. Ey, nicht hoch, runter. Ich muss hier runter. Ja, du. Also, der ist schon mal nicht da. Da ist unser Boot. Ein paar Mal von Hause. Und schauen, wie es da so aussieht, ne. So. Ich habe noch gesehen, es gab Version 18 Update bei Infected. Also, da wird jetzt auch wieder was kommen. Erst nix. Jetzt wieder alles auf einmal, ne. Markierungsflagge. Okay. Ist das jetzt irgendwie Nebel oder so? Wo kommt mir das vor? Und ich sehe gerade, wir tun ein bisschen anders fahren. Kann das sein? Junge bist du schnell, gell? Reinspringen. Händes Wasser. Mach mal zu. Gucke mal. So. Wunderbar. Unsere schöne Butze. So, das heißt, wenn ich jetzt gucke. Benzinfass. Teilen. Batterie entfernen. Warum heißt das Batterie entfernen? Alles nehmen. Sortieren. Gegenstände gleicher Art einfügen. Guck hier. Knopf drücken. Zack. Drinnen. Ne. Geil. Können wir das hier auch machen? Jawohl. Aber nur nix dabei. Elektro-Teile natürlich auch nicht. Nirgendwo haben wir was dabei. Händler ist voll. Dann können wir wieder. Geht das hier? Nein. Auch nix. Da ist der Wein. Wo ist der Wein? Haha. Hm. Metalltonne. Gucken wir hier mal. So. Da hat er es gemacht. Wunderbar. Hast du gesehen? Zack. Zack. Das heißt, wir brauchen jetzt nirgendwo mehr gucken. Wir können einfach hingehen. Knopf drücken. Hier auch. Und alles einfügen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Ein richtig geiles Quality of Life Feature. Nice. 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 So muss das sein. Sehr gut. Zack. Weg damit. Kohle hier. rein da. Ich brauche nicht mehr gucken. Ich kann einfach einen Knopf drücken. Vielen lieben Dank, Entwickler. Dankeschön. Ist das geil. Ist das geil. Ich liebe es jetzt schon. So. Du musst gebrutzelt werden. Hammer. Einfach nur Hammer. Genau. Brutzel mal. Wie sieht es hier aus? Das ist ein Baum. Ansonsten müssen wir gucken, was wir machen müssen. Ich weiß nicht. Sieht die Map schon wieder ein bisschen anders aus? Nicht, dass ich wüsste. Was haben wir denn jetzt als nächstes in den Missionen? Nix. Herstellen. Lol. Müssen wir die jetzt alle nochmal machen, weil wir Dillens hatten? Okay. Das ist natürlich interessant, dass die jetzt zurückgesetzt wurden, ne? Ich hoffe, meine Rezepte und so, die sind noch hier. Und ich muss die nicht alle wieder neu suchen. Wer? Doppelläufige Schrotflinte. Warum ist die blau? War die drin? War die ja, hatten wir, ne? SVD wollten wir haben. Da hätten wir den. Da haben wir nix von. Da haben wir drei. Da haben wir einen. Hier haben wir einen. Also wir brauchen hier. Davon brauchen wir was. Dazu müssten wir wieder die Rezepte hier, die Baupläne, ne? Die müssten wir finden. Das heißt, wir machen jetzt folgendes. Das ist ein großer Lufttank. Wir haben die. Wir bauen uns nochmal ein paar, ähm... Von den Puppelluftflaschen, die wir hier brauchen, womit wir den wieder aufholen können. Wo ist der denn? Und dann gehen wir heute einfach nochmal looten, 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 sammeln, sammeln, sammeln. Ja? Weil ich werde die Aufträge jetzt nicht nochmal machen. Wir wissen ja, was das ist, was das gibt. Und... Ne, danke. Ne? Ne, danke. So. Pinnen wir den mal an. Ich hätte gerne einmal Opfer. Dann hätte ich gerne zwei Komponenten. So. Und zweimal Plastik. Mach mal es halt so. Sehr schön. Kann ich mir die jetzt hier herstellen? Jawohl. Dankeschön. Vier Stück kriegst du ja da. Die Flasche hier können wir richtig voll machen. Ist ja noch nicht ganz voll. Sehr schön, sehr schön. Ach, ist das schön. So. Was haben wir denn? 18,50. Können wir auch nehmen. Dann können wir das gleich essen, wenn wir geschlafen haben. Obwohl, wir werden bestimmt demnächst wieder überfallen. Kann nicht mehr lange dauern. Der erste Kommentar heute kommt von der Hexe. Die schreibt, immer diese Nackten. Ja, schlimm, ne? Echt. Ist nicht Sunkenland, ist FKKland hier. Wo kommt mir das vor? So, wie viel Munition haben wir denn? 142 von denen. Da unten sind 200 von denen. Das passt. 17 Verbände. 15 mal Antibiotika. Also wir haben echt kein Problem damit, muss ich sagen. Was kommt da rein? So, können wir hier noch was machen? Bestimmt Scharfschützenmunition. Mord später mehr. Könnten wir eigentlich schon mal sammeln. Wie sieht es jetzt hier aus? Haben sie hier auch was verändert? 450, 450, 225, 225, 225. Nö, haben sie nicht. Also von daher lohnt sich das immer noch nicht wirklich. So, Andreas schreibt folgendes. Moin, Mr. BSE kann ich auch empfehlen. Angenehm in der Stimme und fast genauso verpeilt wie Ede. Fast. An Ede kommt man ja nicht so schnell ran. Dankeschön für das Kompliment. Und Seekampf soll auch noch kommen. Piratenschiff, Krake, Monsterhai. Ich bin inzwischen jenseits von Tag 150. Zu der DEG und der SVG oder SVD gibt es nun auch eine Schrotze. Natürlich nur best of best. Nun hole ich meistens nur noch Kupfer für Munition und Ballerwild um mich. Lager sind voll, aber man nimmt trotzdem Resis mit Hamsterprinzip. Ich warte nur darauf, dass ich mit dem letzten Rohstoff anfangen kann. Mir fehlt noch die Einrichtung für mein Bad, Waschtisch und Toilette. Wäre nett. Die Händlersachen nutze ich für Verstrahlungsmedizin. Antibiotika, Tauchpillen und Essen. Idee. Du gute Idee. So. Vor allen Dingen mit der Verstrahlungsmedizin. Wie viel haben wir? Da könnten wir mal hinfahren, ne? Waren wir da schon? Handelsposten. Mutantenfloß. Was ist der Eisenschädel hier? Gibt es angeblich wieder eine Dingens? Wehe, da ist doch die Dingens, ne? Wehe, die haben uns die Fahne da weggesetzt. Dann werde ich aber sauer, du. So, der kann bleiben. Haben wir gegessen und getrunken? Nein, natürlich nicht. Ich kenne mich ja. Also, Böller. So. Trinken, danke schön. Gegessen haben wir. Reicht aber nicht. Nehmen wir ein paar Möwenwings mit? Nö. Nehmen wir nicht mit. Die lassen wir hier, das muss reichen. So, der ist da. Hier ist alles abgesichert. Dann platzt den Fahrgast. Ich will fahren. Ich will kein Fahrgast sein. So. Da hinten habe ich ihn noch schon gesehen. Ich glaube, der ist noch da. Der zieht den Hunger- und Durstpegel. Das ist gut. Wenn der nicht mehr da ist. 240 Sachen. Das ist auch so lächerlich. Ich weiß nicht, dass das so schnell ist. Gut. Wenn die Markierungsflagge noch da ist, dann dürften da keine Leute sein. Oder? Gehe ich mal stark von aus. ist das schön, ist das schön. Schauen wir mal, ob da irgendwer ist. Ach, schon Bock, wenn das so schnell ist. Ne, Sunkenlander. Ist unsere jetzt. Frage ist, können wir hier bauen? Das müssten wir mal ausprobieren, ne? Nein, nicht tauchen. Über Wasser, bitte. Weil die haben wir ja schon ein bisschen. Gib mir das mal. Lass mal gucken. Immer noch nicht, ne? Reicht nicht, oder? Kann nicht auf feindlichem Gebiet bauen. Okay, geht also immer noch nicht. Schade. Aber was soll's. Ja, hier waren wir ja schon. Schreckensburg. Ich bin ja auch doof. Basis der Eisenschädel ist doch hier. Die Brücke. Warum machen wir das nicht? Bin wieder vollkommen verkehrt gefahren, ne? Schreckensburg. Gut. Dann fahren wir zur Basis der Eisenschädel. Räumen da auf. Zack, zack. Oder waren wir da schon? Könnte natürlich sein, dass wir da schon waren, ne? Diese Richtung, jo. Hier durch und dann so ein bisschen links. Die da müsste das sein, ne? Und dahinter ist die Brücke. Die könnten wir auch noch leer räumen. Wie gesagt, dass wir heute einfach ein bisschen sammeln. Und vor allem viele, viele Ressourcen. Am besten viele, viele... Nein, hier waren wir noch nicht drin. Krass. Castle Greyskull hier, oder was? Das Ding mal an hier. Holy moly. Sieht so ein bisschen aus wie ein Eisenschädel, ne? Haben sie schon lustig gemacht. Kommt dir das mal an hier. Haha. Noch was hier. Nix. Nix. Aha. Muss ich erstmal aufmachen hier. Gucken wir mal, was hier los ist. Wie die uns aufs Maul hauen. Ob wir hier mit dem Kampfmesser weiterkommen. Ich bin hier spannend. Kriege ich die hiermit überhaupt auf? Oder muss ich eine Axt haben? Wir werden sehen. Dupdi-dupdi-du. Dupdi-dupdi-dupdi-du. Acht Stunden später. Immer noch offen. Ich komm jetzt rein. Hallo. Na komm. Ach, du bist ein harter Junge. Ich geh ja schon. Ich geh ja schon. Wer schießt da? Da steht einer. Hallo. Das nehm ich auch. Na komm. Hihi. Und wieder die blöde Axt. Er schießt von oben, oder was? Geh weg. Oh. Aber ehrlich. Bei dem Messer brauchst du keine Knarre mehr. Wie hart ist das denn bitte, ey? Wer schießt denn da noch? Wo? Gut. Jetzt muss ich dazu sagen. Ich spiele ja wie gesagt auf leicht. Da steht Explosives drauf. Können wir das in die Luft sprengen? Ganz ruhig. Kommen wir euch auch zu dir. Lass mal gucken. Okay. Muah. Geil. Ja, ja. Keine Angst. Keine Angst. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Ich spiele ja auf leicht hier. Also, ne. Das ist für... Ist kein Maßstab, was ich hier mache. Ja, genau. Spreng in die Luft. Mach's gut. Spreng in die Luft. Ja, da. Die Sachen her. So. Äh, zack. Können wir ein bisschen Munition sparen. Rüstung geht überhaupt nicht mehr kaputt irgendwie. Krass. Ach, da in der Ecke. Wo ist der andere? Der hier? Nö. Keine Ahnung. Egal. Ehe die wieder, ne? Kartoffeln. Juhu. Bisschen Schwarzpulver. Voll sind wir gleich schon wieder. Ich tue den Scheiße jetzt wegschmeißen. Ist mir egal. Will ich nicht. Wir haben noch das ganze Tauchzeug dabei. Weil wir eigentlich tauchen wollten, ne? Aber wir kriegen das schon hin. Wir haben da immer eine knappe Stunde Zeit. Irgendwann hier so ein scheiß Streifenpullover. Ich bin nicht Streifenkahl. Brauche ich nicht. Weglaufen nützt eh nichts. Hab heute die schnellen Schuhe an, ne? Ja. Ach, da ist schon wieder so ein Ding. Zieh irgendwo weiter. Aha. Hintereingang. So, so. Ja, ja, ja. So ist das. Was willst du? Danke für die Taschentücher. Keine Zeit für sowas. Ruhe. Das hört sich nach einer Maschinenpistole an. Ah, da oben ist er. Erst mal. Heule. Weg damit. Wendet mal hoch. Da ist mal einer. Ich hab das gesehen. Einfach die ganze Zeit hier so rumlaufen. Die ganze Zeit hier so rumlaufen. Kein Problem. Ach, das ist das, was ich da unten hingelegt hab, ne? Richtig. Richtig. So, was haben wir denn noch? Steht hier irgendwo wer? Ich seh gerade nix. Der da oben. Bitte schreib, endlich fängst du mal an und baust deine Basis aus. Ich hätte das schon eher gemacht, aber jeder, wie er spielen will, trotzdem eine extrem gute Folge. Danke für deine Mühen. Gruß. Gruß zurück und nix zu danken. Ist voll das Deiner hier. Das nehm ich mal mit. Essig alles hier. Dankeschön. Trinken auch. Was ist das hier? Kräutermedizin. Kannst du auch nehmen. Da schon wieder so ein blödes Buch. Die kannst du auch essen. War jetzt voll dekadent und so, ne? Ach, da ist er ja. Komm, I see you. Bin abgehauen. Dahinter war doch gerade einer, der geschossen hat. Fall um. Bleib stehen. So. Mann, ey. Oh, Wasser. Hab Durst. Gib her. Ist da noch einer? Da oben steht einer. Ich sag ja, ne? Was ist das hier? Kaputte, doppelläufige Schrotflinte. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Ich bin hier... Superman Römisch 5. Katastropholi on Tour. In voller Montour. So muss das sein. So, mach das weg hier. Ich seh immer den mit seiner Maschinenpistole da oben laufen. Das nervt voll. So, du kannst hier ein bisschen, ne? Energie raggen. Das ist ganz gut. Was haben wir hier drin? Dankeschön. Stimmt. Wir haben noch nicht einmal geblutet jetzt. Das hat er ja fallen lassen. Den Scheiß wieder. Was ist los? Dankeschön. Die hat aber auch nur so eine komische Kackpistole, ne? Ei, 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 ei. Was können wir denn wegtun? Die blöde Axt können wir wegtun. Die haben wir schon hundertmal. Das können wir essen. So, sonst noch was? Leuchtfackel können wir wegtun. Für die guten Sachen. Was ist da drin? Oh, nice. Den nehmen wir mit. Und wenn wir gleich oben sind, sind wir voll und müssen wieder runter. wegbringen. Garantiert. So, her damit. Ich glaube, hier oben war der mit seiner Maschinenpistole, ne? Da ist schon der. Der Vollpfosten, ne? Noch einer. Wie rennen denn noch hier rum? Dieses Messer ist echt OP, wenn du auf leicht spielst. Ganz schön groß, das Ding, ne? Da oben. Warte ab. Wie komme ich zu dir hier, hä? Das hast du davon. Das hast du davon. Trink mal. Ne mit. Es ist so übel, ey. Es ist so übel. Holy shit. Der Hammer. Ist der Hammer. Benzin, was haben wir hier? Hier, da hinten läuft nur einer rum. Benzin will ich mitnehmen. Dafür schmeißen wir, was schmeißen wir dafür raus? Wir essen das hier. Dankeschön. Können wir immer gebrauchen. Ist hier oben. Müll. Bup, bup, bup. Sonst noch wer hier? Hier ist noch ein Turm. Ach, komm her. Daneben. Zack. Sehr schön. So. Was haben wir noch hier? Wo ist denn der Typ, der mit der Maschinenpistole geschossen hat? Wo ist der? Wo ist der? Den müssen wir mal suchen gehen. Hm. Schweinewacke. So, was ist hier oben? Wo ist der Safe? Sparzpulver brauchen wir auch noch auf jeden Fall. Juhu. Uh. Wo ist das? Metallschrott. Ist mir gerade egal. Was ist das für eine Blaupause? Perkussionspistole. Wow. Wow. Das war's oder wie? Und wir kennen die schon. Äh. Na super. Da drüben waren wir noch nicht hier, ne? Taschentücher. Taschentücher. Alles voll. Ähm. Ja. Kartoffel. Essen wir mal. So. Das hier auch noch. Komponenten. Gut. Dann haben wir da auch hinter uns. Aber hier muss noch einer sein, ne? Wo versteckt sich wieder einer hier? Haben wir hier hinten schon drin? Hier geht's runter. Okay. Interessant. Interessant. Wo geht's denn hier hin? Wenn ich fragen darf. Oder ist das der Raum, wo wir eben waren? Nein. Ist nicht. Was haben wir hier? Essen. Trinken. Sehr gut. Junge, Junge, Junge. Aber du siehst den Unterschied, ne? Wie ich hier durchrenne. Und wenn ich lese, wie manche von euch echt Probleme haben, wenn sie auf schwer spielen. Oh, nice. Nehmen wir natürlich auch mit. Ja, damit. So. Der Volker schreibt. Tag, Edo und der Baumeister. Und Edenauten. Wieder eine coole Folge. Die Insel war ja easy. Danke für deine Zeit und Mühe. Ja. Wenn man auf easy spielt, ist sie auch easy, ne? So sieht's aus. So. Sehr schön. Äh, lalalalalala. Zack, zack. Peng, boom. Oh, da kommen wir hier woanders raus. Hm? Dass ich wüsste, ne? So. Sehr schön. Zack, zack. Ach du, wir bringen erst mal das Zeug weg. Ich weiß nicht, wo wir sonst hin sollen. Sind wir wieder hier unten. Ich wüsste jetzt nicht, wo der wieder, der eine Hampelmann rumläuft, den wir vergessen haben. Ah, schießt er wieder. Wie kommen wir denn da hin? Warte, ich komme gleich. Ich bringe nur das Zeug weg. Mann, 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 Mann. Oder wir lassen ihn einfach. Wir haben ja, das Wichtigste haben wir ja ausgeräumt. Wir haben ja den, äh, die Blaupause. Oder ich habe wieder irgendwas vergessen. Kann natürlich auch sein. Was ganz wichtig ist. So machen wir. Da ist doch der Safe. Wie komme ich denn da hin? Okay, wir müssen nochmal hier hin. Nützt nichts. Und wo komme ich hier nochmal raus? Äh, hier. Da. Habe ich die Tür aufgehauen, ne? Ab geht's in mein cooles Boot. Uhr. Alles einfügen. Haha, da ist ja nichts drin. So, alles rein da. Ja. Sehr gut. Wir müssen nochmal da oben hin. Wir müssen noch den Tür weg machen. Und ich will an den Safe da. Jetzt gucken wir, wie wir an den Safe kommen hier. Du musst schon komplett durch, hinten hoch. Dann auf der anderen Seite wieder runter. Irgendwie so. Wetten wir? Da war ja eine Leiter. Du musst hier durch das, durch das Ding. Da musst du irgendwie durch. Gucken wir mal. Guck ich hoch. Aha. Da musst du durchlaufen hier, ne? Bestimmt. So, wo geht das hin? Hier. Da hinten geht's hin. Hier kommen wir hoch. Da kommt man rein. Frage ist, wie? Aha. Aha. So easy. Okay. Wupp. Dann danke dafür. So. Was haben wir denn hier? Kennen wir das schon? Gib mal alles her. Kenn ich noch nicht. Kenn ich schon. Ah, hier ist hier das Neonschild. Hochwertiger Eisenempfänger für SDG 44. Okay. Können wir auch ins Ding schmeißen für, ähm, Rezept, ne? Bei SDG 44 wollen wir ja sowieso nicht bauen. Der schon wieder. Lass mich in Ruhe. Keine Zeit für sowas. So. Pisse hier. Noch ein bisschen Holz. Eigentlich müsste er den Putzi mit seiner Maschinenpistole da hinten noch killen. Gehen, aber ich lasse den mal in Ruhe. Wir sind mal gnädig heute, ja? Da ist noch was drin. Jawohl. Holz geht immer. Stoff auch. Genau so wie das hier. Noch was hier. Noch mehr Müll. Krass. Aber die haben sie echt krass, krass verändert. Muss ich sagen. Gefällt mir. So, jetzt zurück ins Boot und ab nach Hause. Ist eh schon spät. Müssen schlafen. Brauchen unseren Schönheitsschlaf. Und sind wir ungenießbar morgen früh. Dieses Mal. Komplette Schreckensfestung oder wie das Ding hier heißt mit dem Messer leer gemacht. So, also die Rüstung und Messer auf leichter Stufe. Einfach nur OP. Einfach nur OP. Auf geht's nach Hause. 250 Sachen mit dem Boot, ey. Das ist so krank. Das ist so krank. Du hier durch die Gegend fliegst, ey. Richtig, richtig gut. So, wen haben wir denn da noch? Cat schreibt, moin Ede und Freunde. Der Speer hat aber eine längere Reichweite, aber der Hai erreicht ein E. Vielleicht auch mal umsteigen, schon wegen dem Schaden. Endlich regnet es nicht mehr rein bei dir. Ja, genau. Seine Wichtigkeit hängt an der Wand und Joe stempelt alles ab. Und ja, Banana Joe ist einfach nur genial und hebt die Stimmung. Ja, schaut so aus, als wären die Gegner zu einfach geworden. Aber der Vorposten ist gesäubert. Danke mal wieder für das schöne Let's Play. Ein Genuss am Morgen. Dafür ist es da, liebe Cat. Und auch alle anderen, ne? Freut mich. Egal, ob ihr das einfach so zum Einschlafen nehmt. Nebenherhört, neben der Arbeit. Oder, keine Ahnung, als Podcast. Zum Einschlafen. Oder was weiß ich, ja. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Und denkt euch, was labert der für ein Blödsinn da, ne? Das ist meine Mission. Euch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und einfach euren Tag ein bisschen besser zu machen. So, und so, und so. Und das ist da rein. Äh, hier ist Essen. Mampfi, Mampfi. Rein da. Wir sind ja ohne Mampf kein Kampf, ne? Das, das. 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 Hier noch überall. Die hier. Äh, da kann der rein. So. Hier war... Warte, fortgeschrittene Teile. Kann der rein. Munition kann das rein. Die können auch da rein, weil das voll hier, ne? 200 oder... Jo. Krass. Ist echt schon voll. Parts können da... Können da rein. Ist ja voll, ne? Deswegen können die da rein. So. Äh, hier ist auch noch Part. Händler. Rein da, rein da, rein da. Die will ich jetzt mal wo aufhängen. Oh, da haben wir sogar noch einen Pfeiler hier, ne? Aber macht nix. Aha. Hallo. Beim Teufelsschwanz. Bitte was? Zack. So. Äh. Mal lang geschlafen bis neun Uhr morgens. Äh, so. Reparieren. Trinken. Essen. Oh, oh. Habe ich die da verkehrt gemacht? Na klar. Habe ich das denn gemacht? Oder wie habe ich das gemacht? Ich war doch da hinten an den Dingern dran. Das kann doch gar nicht mehr alles voll sein hier. Habe ich das gemacht? Hä? Naja, wahrscheinlich so beim Schräg machen. Hier so klick, klick, ne? Und ich wollte hier hin oder so. Irgendwie so wird das wieder passiert sein. Egal. Was soll's. Äh, hier. Mövenwings. Ja, damit. Zwei Stück. Drei Stück. Vier Stück. Fünf Stück. Okay. Fünf Stück essen. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. So. Was war das hier? Irgendeine Zuflucht. Neptun 6%. Raffinerie ist da. Basis der Eisenschädel waren wir gerade, glaube ich, ne? Die Brücke. Oder wir fahren mal hier ganz hinten hin und erkunden jetzt alles. Könnten wir auch. Wir fahren jetzt mal zum Bürgerzentrum, ja? Kann ich mir hier irgendwie eine Markierung machen? Nein, immer noch nicht. Wir fahren mal zum Bürgerzentrum, gucken, dass wir da den Safe gelootet kriegen. Der letztes Mal nicht erreichbar war, ja? Wo man da nicht in das Haus reinkam. Und dann machen wir da noch eine große Runde und tun einfach alles erkunden, was da so rum ist. An Inseln, die wir noch nicht erkundet haben. So könnten wir das machen. Guck mal, schon wieder der Rucksack voll. Hä? Oh, jetzt reicht es mir. Ach, hier ist auch noch Zeugs drin. Einmal Goofy. Einmal Goofy, bitte. Komm. Nein, er will nicht. Jetzt. Ja, fünfmal draufdrücken. Oh, Junge. Klatsch den Typen mal. Wie blöd muss man sein? Wie blöd muss man sein? Jetzt kommt erstmal das Boot hier weg. Hier rechts. Das hat auch nicht hier gestanden, ne? Hier, Schiffsfriedhof. Tschüss. So, nochmal. Das gibt's doch nicht. Unglaublich, ey. Unglaublich. So. Ich drücke Tab, zu. Mach auf. Nix mehr drin. Mann, Mann, Mann. Die Truhe hier direkt leer. Alles nehmen. Gib her. Dankeschön. Weißt du, was das... Was das sein kann? Du kriegst nicht mehr den Sound. Du kriegst nicht mehr den Sound, wenn du alles auf einmal rausnimmst. Sonst hast du immer so Klimperbimper gehört, ne? Jetzt nix. Und ich merke das dann gar nicht, weil ich halt so schnell da rein rausgehe und so, ne? Jupps. So. Munition. Alles rein da. Die tue ich auch mal da hin. Die brauchen wir eh nicht. Was ist das hier? Das ist wieder ein Bauplan. So. Hier haben wir noch die. Bitteschön. Mit dem hier doppelläufige kaputte Schrotflinte packe ich jetzt auch mal da rein. Wo ist der Reparatur Hammer jetzt hin? Ach da. Auf der 5. Okay. Alles klar. Hab nix gesagt. Auf der 8 ist mein Essen. Rein da. Rein da. Rein da. Ist voll. Okay. Hier auch. Rein da. Bitteschön. Siehst du, muss immer nur eins drin liegen. Dann geht das. Macht was. Essen. Dankeschön. Jetzt ist aber alles leer, ne? Und wer nicht. Ist schon wieder 12 Uhr. Kannst du eigentlich schon wieder vergessen. Es wird dunkel, bis wir beim Bürgerzentrum sind. Aber so ist er. So. Jetzt müssen wir erstmal da kurz lesen. Von Quotenossi. Er schreibt nämlich. Hallo Ede und Edenauten. Hatte die letzten Wochen viel zu tun. Und jetzt mal wieder Zeit, sich ein paar Folgen anzuschauen. Wie immer toll folgen. Und habe sofort gemerkt. Bessere Qualität der Auflösung. Gucke auf einem 4K-TV. Es sieht echt gut aus. Ich habe keinen Rand. Und wenn du schnelle Bewegungen machst, ist es auch nicht mehr verschwommen. Ich wünsche euch allen ein schönes Restwochenende. Prost zurück. Und freut mich, dass es bei dir jetzt besser läuft. Quotenossi. Also, dass du es besser siehst. Genau. Wir können einfach so noch ein klein bisschen so schwimmen. fahren. Und dann haben wir das. Ich hoffe, das passt für alle. Man kann es natürlich nie allen recht machen. Aber ich möchte es den meisten nie recht machen. War das Ding schon immer so schnell? Weil mit dem kommt man jetzt natürlich ratzdi fatzdi hier über die Map. Weil das Ding halt so schnell ist. So, da ist das große Haus. Da stelle ich mich jetzt drauf. Da war ja, glaube ich, auch der Dingens drin. So, blup. Zeig mal hier. Ach, warte. Ist da ein Hai? Ne, das ist ein Marlins, ne? Wir müssen doch hier an der Oberfläche die Pille nehmen. Sonst bringt die ja nix. Dankeschön. Braucht Zeit verlängert. Sehr gut. Hätte ich jetzt wieder vergessen. Kenn mich ja. Ja, wir wollten uns da hochbauen und da oben drauf eine Basis bauen, ne? Das wollten wir. Guck mal da. Da blubberts. Das heißt, hier ist ein Safe. Ja, hier ist ein Safe. Aber immer noch. Wie willst du hier drankommen? Du kommst nicht da dran. Das ist immer noch derselbe hier. Derselbe Käse. Oder kommt man jetzt hier rein? Doch. Man kommt wieder hier rein. Jetzt kannst du hier von unten, ne? So. La, 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 la. Zack. Dein Ernst. Ich will mich doch verarschen. Da ist da so ein Dreck drin, ey. Und noch mal was. Nope. Aber wir sind so schnell jetzt. Wir sind so schnell. Dankeschön. Guck mal, hier könnte man auch rein, ne? Oder? Nein, kann man nicht. Schade. Gucken wir mal, was es für schöne Sachen hier gibt. Elektroschrott. Ich hätte gerne noch ein Polizeiauto für Munition und so. Und das wäre gut. Elektrosachen haben wir auch mehr als genug jetzt. Sag ja, ich bin mal faul und lasse die alle hier stehen, ja? Suche nur die guten Sachen. Schrägstrich Munition. Und halt hier sowas. Benzin und so, ne? Benzin, Munition geht immer. Die anderen Sachen lasse ich mittlerweile stehen. Die können wir auch bei uns sammeln, ne? Was kommt da raus? Nur Eisen. Oh. Da sind die wieder. Da ist ne Kiste. Was ist da drin? Zeige dich. Oha. Oha. Die war mal fett, du. Die war mal fett. So, das schmeiß ich weg. Das schmeiß ich weg. Das schmeiß ich weg. Die benutze ich mal. Noch ein bisschen Melzin. Aber gern. Wupp, schwupp, schwupp. So. Ah, ein Fisch. Ah, Fischli. Noch so ne fette Kiste hier. Gibt's echt gute Sachen, du. Muss ich sagen. Krass. Und man sieht, ne? Schon wieder alles fasern hier. Was soll ich damit? Man sieht, man braucht echt nur noch eine große Flasche. Und sobald du halt... Und sobald du halt, äh, ne, hier die Erweiterungen hast, um die wieder aufzufüllen und die Pillen und so, kannst du Ewigkeiten tauchen. Kannst du hier alles leer räumen. Geht ohne Probleme. Ah, guck mal da. Guck mal da. Können wir mitnehmen, ne? Ohne Probleme. Was hier drin? Mauer mit. So, hier irgendwo was? Nein. Was da? Wefel, ne? Ja. Können wir trotzdem mitnehmen. Daraus machen wir ja Schießpulver und so. Ja. Dankeschön. Wir sind so schnell unterwegs mit unseren Flossen und allem. Das ist alles nur so. Da ist kein Eisen. Da ist ein Ofen. Der ist mir gerade egal. Hier ist wieder Eisen. Sehr gut. Äh, wir haben da noch die... Susanne schreibt folgendes. Und zwar, super Folge. Bitte mach weiter so. Ich schaue so gerne zu. Hab aktuell keine Lust auf Sankenland, weil ich der Meinung bin, dass das Spiel kaputt gepatcht wurde. Aber wieso das denn, Susanne? Es ist doch schön. Was genau gefällt dir denn nicht, dass du meinst, dass es kaputt gepatcht wurde? Also, ich find's mega. Jetzt guck mal, zum Beispiel das mit den Sachen einräumen heute. Oder jetzt hier mit dem Mausrad endlich in der Leiste rumswitchen. Ist doch super. Mir gefällt's. Muss ich sagen. Haben wir noch Platz? Nicht wirklich. Wir müssten hoch. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich find's toll. Und du siehst, wenn man's auf leicht stellt, ja, dann kann man auch ohne Probleme... ...Rambo spielen hier. Bin ich auch prädestiniert für, so einen Unfug zu machen. Was ist da? Nix. Hier ist Ende. So, da hinten ist unser Boot. Wir müssen nochmal... ...da hin. Und die Sachen wegbringen. Wir können auch direkt nochmal hier voll machen. Wie viel haben wir noch? Tauchzeit ist jetzt auch vorbei in sieben Sekunden. Können wir direkt nochmal Pillen nehmen. So, ich hüpfe mal drauf. Truhe. Alles rein da. Ei, 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 ei. Den lass ich mal da. Können wir schon wieder tanken. Nö. Nehmen. Runter. Weiter geht's. Gucken, ob wir noch irgendwo... ...Eisen zum Abbauen finden. Außenrum. Oder sonst was hier drin. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Dö, 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 dö. Ich scroll gerade runter. Für die nächsten Kommentare. Zack, zack. Bang, boom. Was ist das? Das ist ein normales Auto. Wisst ihr, was cool wär? Muscheln. Ich lasse liegen. Wir haben ja jetzt genug Essen. Wenn hier jetzt auf dem Boden auch noch so... ...kleine Krebs von links nach rechts laufen würden oder so. Das würde ich feiern. Das wär cool. Das ist ein LKW. Da können wir wieder Benzin rausholen. Wenn wir Glück haben. Wenn nicht... ...dann gibt's nur Metallschrott. Wo ist denn noch was hier? Was ist das hier? Da ist die. Aber ihr seht, ne? Wie lange man unter Wasser bleiben kann. Die sind immer noch hier. Wird schon dunkel. Das ist krass. Das ist echt krass. So, gib mir den. Schon wieder voll. Kannst echt den ganzen Tag unter Wasser bleiben. Wenn du es drauf anlegst. Na, dann nehmen wir nochmal Schwefel mit. Was soll's. Ein bisschen Eisen haben wir ja gefunden. So, Joachim schreibt... ...Habe Sankenland schon mal angeschaut. Nicht bei dir. Und war nicht so begeistert davon. Jetzt schaue ich es bei dir an. Aus langer Weile. Und muss sagen, es ist doch recht interessant. Das heißt, ab heute werde ich dich auch hier verfolgen. Ja, danke Joachim. Dankeschön. Immer da. Schauen, wo du Lust hast, ne? So, das gilt für euch alle. Und immer. Bei allem bei mir. Ja? Nur wenn ihr Lust habt. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Dafür ist die Zeit so kostbar. Die man hat. So, Ruhe. Alles rein da. Zack. Wir können jetzt eigentlich weiterfahren. Weil ist ja egal. Wir wollen ja nur aufdecken. So, fahren wir mal da lang. Mit der Spitzhocke in der Hand. Kommt dann hier ran. Was ist das denn hier? Was ist das für eine Insel? Ach, das ist die Dingens hier. Lagerhaus. Okay. Das Lagerhaus ist das. Der Erlöser-Clan. Okay. Also das ist das Lagerhaus. Da gibt es auch was. Verkehrte Richtung. Wir müssen einmal drum herum fahren. Bitte. So. Nannannannannannannannann. Sehr schön. Da waren ja auch tolle Sachen drauf. Da hinten ist die nächste Insel. Schaukel nicht so durch die Gegend. Mir wird schlecht. Oder wie war das? So. Leider haben wir kein Licht hier. Aber macht nichts. Markus schreibt, ich weiß nicht, ob man den Hammer erst einmal erforschen muss. Bei dem Seetang könnte man sich auch was anderes vorstellen. Wieder tolle Folge. Danke. Ja. Was soll man sich bei dem Seetang denn noch vorstellen? Uiuiui, schon gehabt. Die ferne Insel, okay. Ja, so sieht's auch aus. So sieht's auch aus, du. So, jetzt geradeaus. Da hinten zur nächsten. Das kann man echt schön machen. Tja, da steht was. Im Walde, ganz still und stumm. Ne, Markus? Oder wie war das? So, wir haben noch zwei Kommentare. Einen kann ich schon mal wieder vorlesen. Der ist vom Georg. Der schreibt, guten Abend. Dazu sag ich auch noch. Guten Abend. Wie dem Einzelmännchen. Nein, 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 nein. Oh, wir können einfach drüber fahren. Gott sei Dank. Das ist der Erlöser, ey. So, jetzt haben wir da hinten noch die. Da ist das Kraftwerk. Da fehlt noch was. Und auf der anderen Seite. Gebt mal Gas. Junge, wenn dir hier jetzt kalt wird, ne, dann frage ich dich, ob du top geworden bist. Wir fahren nur mit 240 Sachen nachts hier über... Was ist denn Wasser hier, ne? Da stehen noch Leute drauf und schießen. Ich glaube, es hackt. Geht's euch noch gut? So, da ist das Kraftwerk. Das kennen wir, das kennen wir. Dann müssen wir jetzt scharf links abbiegen. Zu den anderen. Wir erkunden jetzt gnadenlos die ganze Map. Ist mir egal. Ich glaube, die da müsste sein, ne? Fangen wir mal drauf zu. Jo, fahren wir drauf zu. Die ist es. Sehr gut. Irgendwas da ist. So, denk dran. Quests sind mir jetzt egal. Mach ich nicht mehr. Ich fang nicht wieder von vorne an. Ich denke, das könnt ihr verstehen. Machen wir den hier. Hier waren wir noch nicht. Was ist das? Ja, Parkplatz. Oh, 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 oh. Kann ich hier auch absaufen? Kann ich das Ding auch auf Grund setzen? Oder versenken? Geht das? Die sind ganz schön schnell, muss ich sagen. Oh, jetzt baut sich die Insel auf. Ey, es gibt hier coole Inseln. Muss ich sagen. Ruineninsel. Schon wieder Sklavenhändler. So. Jetzt müssen wir da ganz hoch. Das heißt, so ungefähr. Aber halt erst mal an. Der Tenki sagt, dass ich ins Wasser hüpfen will. So, wir brauchen Benzin. Jetzt ist mir bestimmt kalt, weil ich nass bin. Super, danke schön. Mann, 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 Mann. Einmal mit Profis, ne? Einmal mit Profis. So, der letzte Kommentar heute kommt vom lieben Sascha. Der schreibt, hallo lieber Ede und alle Edenauten. War wieder mal eine super Folge. Danke für deine Zeit und Mühe. Immer gern. Immer gern. So, okay. Guck, jetzt müssen wir schon ja da rechts hoch. No, 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 no. Aber ich muss sagen, das mit dem Patch gefällt mir. Haben sie gut gemacht. Was ist denn da los? Hä? Ich glaube, da wird noch irgendwie ein Save angezeigt oder so. Kann das sein? So, hier hoch müssen wir zu den zwei. Gucken, was hier ist. Hochhäuser sind hier. Und Tag. Tankstelle. Sonst immer da unten, ne? Ganz unten. Und da sind nochmal die Hochhäuser. Und überall nur die Kriegstreiber, ey. Überall nur Kriegstreiber hier. Schlimm. Tiss, tiss, tiss. So, und was haben wir hier? Versunkene Innenstadt. Die ist aber nicht versunken. Die ist doch noch da. Wahrscheinlich gibt es hier auch wieder irgendwo Haie. So, fehlt jetzt noch was? Oder haben wir alles aufgedeckt? Alles aufgedeckt. Aber guck mal, es gibt nur hier auf der Insel noch eine Blaupause. Im Lagerhaus. Ansonsten haben wir alle Blaupausen. Und müssen den Rest mit, äh, ja. Mit dem blöden Automaten aufdecken, ne? Das wird Lutzditsch. Das wird Lutzditsch, du. Genau. Fahren wir erstmal runter. Gehen wir ein bisschen in die Richtung hier noch. Das passt. Uah. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, bin ich mal gespannt. Da ist die Markierungsflagge. Von da aus kommen wir auch wieder easy dahin. Wir halten jetzt nochmal hier und gucken gerade nach dem, nach dem Wasser da, nach dem Geblubbere. Aufpassen, mach dich nicht kaputt hier. Wir wissen, was da blubbert. Ich bin neugierig. Ich weiß nicht, ob hier schon wieder Leute sind. Oder ob die erst noch respawnen müssen. Das hier ist das oben. Ah, blubberts. Natürlich lustig, ne? Der blubbert echt hier oben. Oh Mann. Wie geil. Was ist drin? Ne Quietscheente. Dankeschön. Weg mit dem Müll. Auch kein Mensch. Super. Aber es blubbert nicht mehr. Das ist wichtig. Kauerbunga. Dankeschön. Weiter geht's. So. Frage ist, was müssen wir jetzt noch machen? Was können wir jetzt noch machen? Hm. Schreiben wir in die Kommentare, was wir noch unbedingt ganz, ganz dringend machen müssen. Außerdem einen Auftrag da hinten holen. Der einen Blaupause. Sonne geht auf. Es ist nicht mehr kalt. Gott sei Dank. Weißt du was? Das war doch Reset. Da müssten eigentlich die ganzen Ärzte auf der Radioinsel wieder da sein. Wee. Sehr schön. Das ist schon cool, das Boot hier. Kommst echt vor wie Thunder and Paradise. Müssen wir unserem Viech hier, müssen wir dann nur noch so einen wasserstoffblonden Schnauzbart verpassen. Und einen auf Hulk Hogan machen. Dann brauchen wir noch eine coole, fette Sonnenbrille. Und dann passt das. Dann geht's ab hier. Oh yeah. Wir bekämpfen die Fische. Und verteidigen das Böse. Oder was andersrum. Wir bekämpfen das Böse und verteidigen die Fische. Wie du willst. So. So. Ja, dreh mal. Die, die, die. Okay. Alles klar. Da ist die Truhe. Gib alles her. Dankeschön. So. Rein da. Rein da. Bitte nicht wieder E drücken, Edel. Du Penner, ne? Hier noch. Rein da. 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 Alter, haben wir viel Schwefel. Haben wir viel Schwefel. Viel Geschwafel haben wir auch. Passt also. So. Gib mir die hier noch. Gib mir alles. Ich will jetzt gucken, ob wir auch die Teile hier mitnehmen können. Den haben wir. Das 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 kalten Krieg ist. Ich weiß halt nicht, ob wir die für die DEG brauchen. Das ist die Frage. Kalibrierter Laufpistole des Zweiten Weltkriegs. Sowas hier. Kaputte Schrotflinte und so. Das will ich halt haben. Wir machen da jetzt mal alles. Alles Dingens wieder hier. Viel Spaß. So. DEG haben wir ja noch nicht. Nö. Wir hätten hier. DEG 45. Das können wir bauen. Da können wir nichts bauen. Die haben wir. Die haben wir. Ja. Was fehlt sind immer hier die Griffe. Die fehlen immer. Ansonsten sind wir eigentlich gut aufgestellt. 2,2 Liter noch. Wie trennen. Nichts trennen. Gib her. Kennen wir den. Und der ist fast stark. Kommende des Hauptmaterials. Das ist Abfall. Okay. Na denn. Gut. Dann würde ich mal sagen. Ich tue jetzt Sachen zerlegen. Du lässt einen Daumen hoch da. Wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne. Wie immer. Danke. Für deine Zeit. Für deine Zeit.